Bei Variante 1 sind mit der Verlegung von Integra ZSF 032 die Dämmarbeiten abgeschlossen. Die Dachdeckerrichtlinien verpflichten zur Installation einer zweiten wasserführenden Ebene. Diese hat die Aufgabe, die Dachkonstruktion vor schädlichem Wassereintritt zu schützen, wenn während der Nutzungsphase ein Schaden an der Dacheindeckung der ersten wasserführenden Ebene entsteht. Zum Beispiel durch Sturm oder ähnliches. Für diese Aufgabe ist die qualitativ hochwertige Unterdeckbahn Isover Integra ZUB bestens geeignet. Sie wird über den Sparren ausgerollt und mit Tackerklammern fixiert. Die einzelnen Bahnen werden horizontal mit Überlappung verlegt. Integra ZUB ist besonders oberflächenwasserdicht, hochdiffusionsoffen und sehr robust. Die Zertifizierung auf Schlagregensicherheit im System dokumentiert die hohe Qualität. Bei der Integra ZUB sind praktischerweise die Klebebänder für eine regensichere Verklebung gleich integriert. Es werden nur noch Abdeckstreifen unter der Überlappung entfernt und die Unterdeckbahnflächen aufeinander gedrückt. Analog zur bereits beschriebenen Rohrdurchdringung der Luftdichtebene wird auch bei der Unterdeckbahn verfahren. Die entsprechend vorbereitete Rohrmanschette wird um das Rohr gelegt und mit dem einseitigen Klebeband Vario Silver Fast angedichtet. Wie bei allen Verklebungen erzielt die Verwendung einer Andruckrolle stets ein besseres Klebeergebnis. Warum wird für Verklebungen an der Unterdeckbahn ein anderes Klebeband verwendet als für die Dampfbremsfolie? Die Oberflächen von Unterdeckbahnen zeichnen sich durch eine raue Fließstruktur mit Vertiefungen aus. Das Klebersystem von Isovere Vario Silver Fast ist mit seiner Fließfähigkeit genau darauf spezialisiert. Zudem ist es wie alle Integra- und Vario-Produkte für den Außenbereich wasserfest. Bevor im nächsten Schritt die Konterlatten im Sparrenverlauf befestigt werden, kommt Vario Anti-Spike, das Nageldichtband von Isovere, zum Einsatz. Der ZVDH schreibt vor, dass Nagel- und Schraublöcher in der Unterdeckbahn abgedichtet werden müssen. Vario Anti-Spike ist ein Dichtband aus weichem, geschlossenzelligem Schaummaterial, das diese Löcher sicher abdichtet. Es ist einseitig klebend und wird einfach mittig über dem Sparren auf die Unterdeckbahn geklebt. Die Schlagregensicherheit von Vario Anti-Spike ist im System mit anderen Vario-Produkten zertifiziert. Somit können sogar Behelfsdeckungen, die mehrere Wochen offen stehen, erstellt werden. Auf den Nageldichtbändern wird die Konterlatte verschraubt und darauf folgen dann Traglattung und Dacheindeckung. Bei Variante 2 der Dachsanierung von außen folgt nach der Zwischensparrendämmung eine weitere Dämmebene über den Sparren. Der Vorteil, die durchgehende Verlegung in einer geschlossenen Dämmstofffläche über die Sparren hinweg ist nahezu wärmebrückenfrei. So kann die Wirkung der Zwischensparrendämmung noch einmal um bis zu 40% verbessert werden. Die Aufsparren-Modernisierungsplatte Integra AP Supra Plus ist das ideale 3-in-1-Produkt für diesen Anwendungsbereich. Mit der biegesteifen Steinwolleplatte werden Dämmung, Verlegung der Unterdeckbahn und schlagregensichere Verklebung in einem Arbeitsschritt erledigt. Die Verlegung der Platten erfolgt zeilenweise mit gefachweise versetzten Stößen, sodass die Fläche ausreichend stabil wird. Die Platten werden stumpf gegeneinander gestoßen. Die Verfilzung der Mineralwolle sorgt für Fugendichtheit. Dies gelingt einfach und sehr schnell. Das wirtschaftliche Großformat ermöglicht das schnelle Schließen der Dachfläche. Unmittelbar nach dem Auflegen der Platten werden die integrierten Klebebänder verklebt. Weil diese ober- und unterseitig angebracht sind, ist die Qualität der Verbindung durch das Frischklebeverfahren gänzlich unempfindlich gegen Schmutz, feuchte und kalte Temperaturen. Formzuschnitte sind mit Isover Integra AP Supra Plus im Vergleich zu alternativen Aufsparen-Dämmmaterialien besonders schnell und einfach. Anhalten, anzeichnen, ausschneiden mit einem Dämmstoffmesser. Profi-Tipp, benutzen Sie einfach ein vorbereitetes Stück Kunststoffrohr als Schablone. Wie auch in der ungestörten Fläche endet dieser Arbeitsschritt auch hier mit der Verklebung der Unterdeckbahn. Isovere Vario Anti-Spike sorgt für die sichere Abdichtung der Nagel- und Schraublöcher unter der Konterlatte. Bei steileren Dachneigungswinkeln wird aus Sicherheitsgründen Stück für Stück Richtung First eingelattet. Dementsprechend erfolgt auch die Verlegung der Aufsparren-Modernisierungsplatte und die Abdichtung abschnittsweise. Auch die Abdichtung mit einer Rohrmanschette geschieht auf dieselbe Weise wie unter Variante 1 mit der Unterdeckbahn Integra ZUB beschrieben. Die endgültige Befestigung der Integra AP Supra Plus Platten erfolgt zusammen mit der Konterlatte. Eine Besonderheit bei der Verschraubung der Konterlatten auf Aufsparenplatten, die Verschraubung erfolgt wechselseitig im 30-Grad-Winkel zur Senkrechten. Besonders wichtig, es dürfen nur bauaufsichtlich zugelassene Befestiger verwendet werden. Isovere Aufsparrenbefestiger Integra Suprafix und AB Twin UD sind nicht nur im System geprüft, für diese bekommen sie auch eine bauvorhabenbezogenen Typenstatik mit Mengenermittlungen kostenlos über Isovere Dialog geliefert. Normale Holzschrauben dürfen nicht verwendet werden. Warum nicht? Isovere Integra Suprafix sind Schrauben mit einem zusätzlichen Kopfgewinde. Das Kopfgewinde wird beim Einschrauben in die Konterlatte eingetrieben und hält diese dann einschließlich aller darauf liegender Lasten. Deswegen ist es auch wichtig, eine ausreichend dimensionierte Konterlattung von 40 auf 60 mm zu verwenden. Zu ihrer Arbeitserleichterung liegt jeder Packung Schrauben eine Einschraubschablone bei. Bereits am Lüftungsrohr konnte AP Supra Plus mit ihrer einfachen Zuschneidbarkeit ihre Vorteile ausspielen. Am Kamin geht's noch schneller. Anlegen, anzeichnen, zwei kurze Schnitte mit einer Handsäge, zum Beispiel einem Fuchsschwanz, und die Dämmung sitzt passgenau am Kamin. Dabei behindern weder eine zu große Staubentwicklung noch das Verlegen von Stromkabeln für Elektrosägen und Absauganlagen den flüssigen Arbeitsablauf, wie das zum Teil bei anderen Dämmmaterialien üblich ist. Die Kaminschürze lässt sich am besten aus Unterdeckbahnstreifen fertigen. Isovere Integra AS Black auf Sparrenstreifen sind als Rollenware in 60 cm Breite erhältlich. Eine halbe Breite reicht aus, um die Abdichtung ausreichend hoch in die Kaminwand zu führen. Der Anschluss an die Unterdeckbahnfläche wird mit Vario Silver Fast verklebt. Der Anschluss an die Wand mit der zwei Komponenten Klebedichtmasse Vario Double Fit. Wichtig ist hier, den Folienumschlag an den Ecken nicht zu vergessen und diese ebenfalls mit Dichtmasse zu verkleben. Für die langfristige Fixierung ist dieser Anschluss an die Kaminwand mechanisch mit marktüblichen Anschlussprofilen aus Metall zu sichern. Sobald alle Anschlüsse dicht sind, erfolgt die Montage der Traglattung und die Dacheindeckung. Vario und Integra Das Isovere Komplettsystem für die Steildachsanierung von außen. Ihr Vorteil Sicherheit mit Qualität und System. Mit den folgenden Isovere Produkten dämmen Sie Ihr Steildach von außen. Integra ZSF 032 Zwischensparren Sanierungsfilz Integra UMP 032 als Nagelschutzplatte Vario KM Duplex UV Klimamembran Vario Multitape und Vario Multitape SL Vario Pro Tape Extern Vario Anti-Spike Vario Silver Fast und die pastöse Dichtmasse Vario Double Fit Integra AP Supra Plus, AP Supra Die aufsparren Modernisierungsplatten Vince centeless TT Vario 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 Untertitelung des ZDF, 2020